Das ist das dritte und letzte Video aus der Reihe die hermetischen Gesetze. Heute geht es um das fünfte, sechste und siebte Gesetz, um Rhythmus und Kreislauf, Ursache und Wirkung, was manche auch Karma nennen, und um Geschlecht, Geschlechtlichkeit und Einheit. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, als erstes in diesem Video befassen wir uns mit dem fünften hermetischen Gesetz, das Prinzip von Rhythmus und Kreislauf. Und das kennt nun wirklich jeder, zum Beispiel wenn wir an die vier Jahreszeiten denken, die sich mehr oder weniger rhythmisch wiederholen. Das ist natürlich in Zeiten des Klimaumschwungs nicht mehr ganz so differenzierbar, wie vielleicht noch vor zwei oder drei Jahrzehnten, aber Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen ja einfach immer wieder. Der Kreislauf des Lebens. Aber damit sind natürlich auch nicht nur Jahreszeiten gemeint, sondern auch Themen wie Geburt und Vergehen. Also Tod und Sterben der Formen, dann kommen bestimmte Pflanzen und gehen wieder oder bestimmte Ereignisse kommen und gehen wieder. Ein ewiger Kreislauf. Und das kann auch unsere Stimmung betreffen. Angenommen, du bist mal einen Tag lang verstimmt und dann denkst du, was ist das, denn bin ich heute mit dem linken Fuß aufgestanden und am nächsten Tag geht es dir aber wieder besser. Also alles mögliche im Leben kommt und geht oder wiederholt sich. Es ist der ewige Kreislauf des Lebens. So wie die Planeten um die Sonne kreisen und dieses Sonnensystem um etwas anderes kreist und das immer, zunächst zumindest, so weiter geht, wiederholt sich alles mögliche. Menschen, Tiere, Kulturen, Nationen. Alles kommt und einiges bleibt und vieles vergeht. Das ist der ewige Rhythmus. Und wir können es natürlich auch an diesen Rhythmus gewöhnen und das sollten wir auch, denn wir sind ja auch in dieser Welt stehende Menschorganismen, die einen eigenen inneren Rhythmus haben. Also wir haben auch sogar einen Kreislauf. Unser normaler Blutkreislauf zum Beispiel und alles, was sich in unserem Körper rhythmisch bewegt. Auch das ist diesen Gezeiten unterworfen, diesen Gezeiten des Lebens, dem Rhythmus des Lebens, dem Kommen und dem Gehen. Und das ist wunderbar. Und zu diesem hermetischen Prinzip gibt es vielleicht gar nicht allzu viel anzumerken, außer, dass es möglich ist, sich diesem Rhythmus und dem Kreislauf jetzt nicht direkt als Mensch zu entziehen, aber dass du dich zumindest den psychologischen Auswirkungen dieses Kreislaufs recht gut entziehen kannst, wenn du erstmal diesen Kreislauf in dir entdeckst. Also wenn du merkst, ah, ich bin mal ein bisschen launisch und dann bin ich ein bisschen fröhlich und dann wieder so und wieder so. Allein durch das Erkennen dieses Kreislaufs, dieses Rhythmus, wirst du schon davon frei. Und dann kann es natürlich sein, dass es im Außen hin und her schwingt, das Pendel des Lebens, das auch im Übrigen sehr eng verbunden mit dem vorherigen Gesetz, dem Gesetz der Polarität, wo ich von den Polen gesprochen habe. Es gibt also keine Gegensätzlichkeiten im Leben, keine echten, sondern das sind nur einfach Teile eines Spektrums, wie heiß und kalt. Nur Teile eines Wärmespektrums sind, sagen wir mal, eines Temperaturspektrums. Also es gibt wirklich keinen Bruch zwischen diesen verschiedenen Polen, es schwingt. Und damit hängt der Rhythmus und Kreislauf auch zusammen. Du bekommst hier also immer die ganze Packung und deswegen bekommst du auch verschiedene Stimmungen. Aber wenn du erkennst, dass es das gibt, wirst du immer freier davon. Und dann kannst du dich wie ein neutraler Beobachter in relativer Ruhe hinsetzen und gucken, was das Leben so alles treibt. Du kannst dem Leben oder dem, besser gesagt, Werden und Vergehen zuschauen und bist in irgendeiner Weise davon nicht mehr vollkommen mitgerissen oder emotional aufgewühlt. Schon bist du noch davon berührt, das hoffe ich sehr. Denn das eine Leben ist wie die Liebe und in dieser Liebe des Lebens, in dieser wunderbaren Vielfalt, in dieser tollen Einzigartigkeit bist du voll eingebettet. Das macht natürlich Spaß dabei zu sein und sich auch manchmal mitreißen zu lassen. Aber wenn es um schwierige Emotionen geht oder um Tragödien im Leben, die immer wieder stattfinden, Dramen, Kriege und sonstige Sachen. Im Moment gibt es ja auch eine relativ belastende Situation für viele Mitbürger hier. Bleibst du in deiner Mitte und in deiner Ruhe. Nur wenn du es nicht so willst, wenn du dann sagst, ich möchte aber vehement mal etwas sagen oder vehement mitagieren, dann machst du das. Aber im Grunde weißt du, wo dein Zuhause liegt. Es liegt immer in der Mitte. Und wenn du dir das genauso anschaust, also das Kommen und Gehen, das Werden und Sterben, den Rhythmus und den Kreislauf, wirst du auf die wichtigste Lebensweisheit kommen. Oder eine der wichtigsten zumindest. Alles ist vergänglich. Und das hört sich vielleicht erst fatal an oder ein bisschen negativ, aber da ist auch was sehr Schönes drin. Denn die schlechten Situationen oder das, was du als schlecht vielleicht bezeichnen würdest, gehen auch wieder vorbei. Dann brauchst du sie nicht ganz so ernst zu nehmen und nicht zu glauben oder zu bangen, das wird mich mein Leben lang verfolgen. Denn immer kommt es wieder anders, als wir es uns denken. Ist es nicht so? Ist es schon jemals in deinem Leben genau so bekommen, wie du es dir vorgestellt hast? Also exakt so? Ich würde sagen nein. Und die schönen Situationen, die auch wieder vergehen, die kannst du dann mehr wertschätzen. Und dann ist eine Haltung, die besagt, naja, wenn das Schöne auch wieder vergeht, dann will ich es erst gar nicht haben, eine eher negative Haltung, würde ich sagen. Ist nicht besonders konstruktiv. Das Vergängliche zu erkennen in dieser dualen Welt hilft uns zu mehr Demut, zu mehr Gelassenheit und gleichzeitig auch zu mehr Wertschätzung. Wenn du etwas Schönes hast, sei froh, dass es da ist und irgendwann wird es wieder weg sein. Und dann nutzt du das. Und das würde ich dir auch als Tipp für das ganze Leben mitgeben. Das Leben, wie es sich jetzt dir in aller Vielfalt zeigt, zu genießen und voll mitzumachen und Spaß zu haben. Denn wer weiß, wie lange es dauert. Und die schlechten Sachen, die dir vielleicht auch hier und da passieren, die sogenannten schlechten Sachen, nehmen sie nicht zu ernst. Sie werden vergehen. Und das ist im Grunde auch schon alles, was ich zu dem hermetischen Prinzip von Rhythmus und Kreislauf sagen kann. Es hängt zusammen mit der Polarität und es ändert sich ständig alles. Und sobald du das erkennst, wirst du weise. Und jetzt kommen wir zum nächsten Prinzip. Das Prinzip von Ursache und Wirkung. Manche nennen es auch Karma. Und das ist ein bisschen schwieriger zu erklären, weil es so, wie es da geschrieben steht, nicht ganz stimmt. Also von den sieben hermetischen Gesetzen ist es meiner Ansicht nach das Einzige, was wir so nicht ohne weiteres hinnehmen können, weil es einen Aspekt gibt, der dann nicht berücksichtigt wurde. In dieser Welt scheint es natürlich so zu sein, als wenn es Ursache und Wirkung gibt. Also wenn jemand, ich nenne mal ein krasses Beispiel, einen anderen Menschen verletzt oder tötet gar, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass irgendwann uniformierte andere Figuren auftauchen und diesen Menschen Handschellen anlegen und dann mitnehmen. Das ist Ursache und Wirkung, so wie es hier zu passieren scheint. Oder wenn du ein Glas Milch 80 Tage in der Sonne stehen lässt, schmeckt die Milch garantiert anders als vorher. Das könnte man Ursache und Wirkung nennen. Aber in dieser Sache gibt es einen Trick des Seins, möchte ich fast sagen. Es ist nicht so, wie es scheint, weil es keine Zeit gibt, wie Einstein es auch schon erkannt hatte und andere Physiker, auch vor allem die Quantenphysik, es schon erkannt hat, gibt es keine Zeit. Es gibt tatsächlich nur das, was hier gerade geschieht. Und Vergangenheit und Zukunft sind nur Bewusstseinsaspekte, Gedankenmuster und Vorstellungen, Illusionen, die einfach auch in der Gegenwart auftauchen. Aus der Quantensuppe im Jetzt. Also wenn es keine Zeit gibt, kann es auch keine Ursache und keine Wirkung geben. Und somit gibt es auch kein Karma. Denn wann sollte jemand wiedergeboren sein, aus welcher Zeit, Epoche und jetzt hier sein, wenn es gar keine andere Zeit, Epoche gibt, außer das Jetzt. Abgesehen davon ist hier niemand Persönliches drin und dort auch nicht. Also wer sollte dann wiedergeboren sein von irgendwo, irgendwann hierhin? So gesehen gibt es Karma nicht und Ursache und Wirkung kann es nicht geben, weil es keine Zeit gibt. Und das bedeutet dann auch, dass die Zeitspanne vielleicht nicht unendlich klein ist, sondern es gibt gar keine Zeit. Und da kommt dann ins Spiel zu sagen, alles wird vom Sein gemacht. Wenn ich mir jetzt volle Möhre mit der Hand auf die Wange hauen würde, würde es wahrscheinlich wehtun und klatschen. Und dann wird man natürlich sofort sagen, ja das kommt, der Schmerz kommt, weil du dich gehauen hast. Und das Geräusch kommt, weil du dich selbst gehauen hast. Aber alles wird im Jetzt vom Sein gemacht. Die Bewegung der Hand, das rötende Haut, das Auer-Sagen, der Schmerz. Im Grunde zeitgleich, auch wenn es so nicht aussieht. Und hier stoppe ich an der Stelle, das muss reichen. Ich habe schon ein anderes Video zum Thema Zeit gemacht. Vielleicht blende ich es hier oben ein, kannst dir mal nachschauen, wie sich das mit der Zeit verhält. Dieses hermetische Gesetz also, Ursache und Wirkung, Karma, stimmt so nicht. Du kannst es natürlich in dieser dualen Welt als kleine Richtschnur benutzen. Und dir ist eh vollkommen klar, dass, wenn du irgendwas tust, dass es hier scheinbare Konsequenzen hat. Also ich will dich davon abhalten, dass du merkwürdige Dinge tust, weil der Hessel gesagt hat, es gibt ja keine Ursache und keine Wirkung. So ist das nicht. Es gibt hier Spielregeln, die scheinen zu funktionieren. Und die können wir auch nicht verbiegen. Wir tun einfach so als ob und lassen das alles so bestehen. Kommen wir zum letzten hermetischen Gesetz. Das Gesetz des Geschlechts und der Einheit. Was genau das Gleiche bedeutet. Hier sieht es so aus, als wenn es männlich und weiblich gibt. Aber tatsächlich, genau was das Geschlecht betrifft oder die Polarität, befindet sich in weit alles innerhalb der Einheit. Also die Einheit, dass eine Sein erschafft alles und das muss natürlich, wenn sich aus dem Nichts, aus dem Potenzial Manifestationen ergeben. Und hier ist dann auch noch eine Manifestation, was so etwas wie Zeit und Raum erschafft, muss es ja im Grunde gegensätzlich wirken oder unterschiedlich wirken. Sonst wird das ganze Spiel ja gar nicht gesehen werden können, wahrgenommen werden können, erfahren werden können oder gespielt werden können. Das ist ja vollkommen klar. Also deswegen passiert hier irgendwas und deswegen gibt es hier auch Frauen und Männer und Transgender Menschen und alle möglichen Variationen des menschlichen Daseins und Tiere und sonst was. Und die scheinen ein Geschlecht zu haben. Aber alles ist in allem enthalten. Und wenn du eine Frau bist, eine weibliche Zuschauerin, hast du auch einen männlichen Anteil. Das bedeutet, dass das andere Geschlecht, das es in weit auch gar nicht gibt, in dem anderen Geschlecht schon bereits mit angelegt ist. Also wenn du eine Frau bist, unterdrücke bitte nicht deinen männlichen Anteil, den brauchst du, um eine bestimmte Kraft und Ausdrucksform zu entwickeln. Und wenn du ein Mann bist, unterdrücke bitte nicht deinen weiblichen Anteil, weil du sonst zu einem emotionslosen Wrack wirst. Das wollen wir auch nicht. Also alles gehört zusammen. Dieser sogenannte männliche Anteil und der sogenannte weibliche Anteil ist alles Bestandteil des Einen. Nur das Eine in seiner Gesamtheit mit allen Facetten entwickelt die unglaubliche Kraft, die Schöpferkraft, die vonnöten ist, um das alles hier zu entwickeln, zu erschaffen und in Gang zu halten. Also lehne bitte nicht verschiedene Aspekte des Seins ab und stell dich ganz hart auf eine Position. Das halte ich für nicht förderlich. Aus der Quelle, die wir dann natürlich eher als weiblich zeichnen würden, entspringt die Manifestation. Das ist dann die Yang-Energie. So ist es in der chinesischen Energetik definiert zumindest. Also aus dem Yin kommt das Yang und ohne das Yang, das wieder auf das Yin zurückzielt, könnte sich das Eine-Sein gar nicht erfahren. Also man braucht wirklich absolut gleichberechtigt alles. Und es wird natürlich in dieser Welt um Gleichberechtigung gekämpft. In Wahrheit ist die Gleichberechtigung schon seit eh und je da. Hier sieht es natürlich anders aus, aber das muss so sein, weil es sonst kein Spiel geben könnte. Also vertraue auf die einheitliche Kraft. Es ist alle schon da. Es ist ein Geben und Nehmen. Nichts ist schwächer oder stärker als das andere. Nichts ist besser oder schlechter als das andere. Das Weibliche ist die Quelle. Aus der Quelle kommt alles. Und das Männliche ist die Schaffenskraft, das Herausstehende, die Manifestation, das Existierende. Eine Ausdrucksform der Quelle. So geht nichts ohne das andere. Und alles ist eins. Erkenne, dass du das Eine-Sein bist. Das sage ich so oft. Und ich meine es auch wirklich von ganzem Herzen. Erkenne, dass du das Eine bist. Die Einheitlichkeit, die alles enthält. Das, was du vielleicht manchmal als gut und manchmal als schlecht bezeichnen würdest. Das Weibliche, das Männliche. Alles. Lehne nichts davon ab. Akzeptiere das, was du in Wahrheit bist. Und freue dich. Diese sieben hermetischen Prinzipien sind sehr wertvoll. Wenn du mit ihnen noch nie gearbeitet hast oder noch nie etwas von ihnen gehört hast, kannst du sie jetzt als kleine Richtschnüre benutzen. Als Grundprinzipien eines bewussten Daseins. So wie es andere physikalische Gesetze gibt, gibt es hier auch geistig-spirituelle Gesetze. Und das kann man dann mit den sieben hermetischen Prinzipien ganz gut abbilden. Und wenn du dich damit ein wenig befasst und das akzeptieren kannst, was sie aussagen, vielleicht mit Ausnahme von Karma, werden sie dir im Laufe der Zeit immer mehr Erkenntnisse liefern. Besser gesagt, du selbst erkennst dich immer mehr selbst und wirst dir selbst die unglaubliche Erkenntnisse liefern. Und du wirst oft staunen und dich freuen und sagen, aha, so läuft der Hase und aha, deshalb läuft der Hase so. Wie interessant. Ich hoffe, du hattest Spaß daran. Ich hatte sehr viel Spaß daran. Und ich wünsche dir alles Gute mit diesen sieben hermetischen Prinzipien, die du selbst erschaffen hast.